Hallo, ich bin der René, ich arbeite in der ARDAG, bin hier tätig als Operator. Mein Name ist Marion, ich bin seit 2021 bei der Firma ARDAG beschäftigt. Mein Aufgabengebiet umfasst im Backend-Bereich als Operator. Mein Tag sieht aus wie ein Operatorwerk, muss ich die Störungen kontrollieren, die Maschinen so gut möglich draaiend halten und die Produktion auf Top-Niveau halten. Mein Aufgabe ist es, die fertige Palette mit den Dosen auf Qualität zu prüfen. Visualmente comparieren wir mit dem Standard und verifizieren wir, dass es keinen Dägen gibt. Und an der Qualität der Parameter, um zu sehen, ob es alles richtig ist, machen wir Kontrollen, um zu verifizieren, dass es kein Traspass zwischen dem Metall und dem Konten, dass die Latte sich richtig bewegt, wenn es llena ist, oder dass die Litografie, die Tinten, nicht verifizieren können. Als erstes kontrolliere ich, ob die Maschinen richtig eingestellt sind, dass natürlich alles passt und dann die Kontrollmessungen. Ich komme zum Laborator, mein Freund meint, wie es sein Turnier hat, ob es eine Notwendigkeit hat, ob es eine Veränderung gibt. Und dann muss ich ein wenig darauf achten, ob es ein paar Parameter, die die Qualität der Qualität des Parameters, muss man sich darauf achten, muss man sich darauf achten, muss man sich darauf achten, muss man sich darauf achten. Für mich, dass ich jeden Tag gerne zur Arbeit komme, ist es die Arbeitskollegen und das Soziale der Firma. Eine der Dinge, die mir am meisten gefällt, ist der Raum, der in meinem Job. Und dann ist es, dass alle Tage unterschiedlich sind. Du wirst nie sehr gut wissen, was dir passieren kann. Stolz macht mich, dass ich als Frau in der Produktion zum täglichen Erfolg der Firma beitragen kann. Ich glaube, wir sind eine Firma, die sehr gut arbeiten. Wir sind immer sehr bereit für ein gutes Produkt. Ich würde mal sagen, Genauigkeit, Flexibilität und Teamwork sind sehr wichtig in der Firma. Wenn dir einen abwechslungsreichen Job mit einem sehr sozialen Umfeld und tollen Menschen sucht und Herausforderungen liebt, dann seid ihr für uns genau richtig.